Jo Leute, herzlich willkommen zum dritten Part FC Watford. Ja, ich nehme das hier gleich nach dem zweiten auf. Wir haben Bradford verpflichtet und jetzt gucken wir nochmal, ob Werner kommt. Und der hat akzeptiert, habe ich mir schon erhofft und auch gedacht. Ich muss mich kurz ein bisschen sitzen. Eine Neuverpflichtung in unserem Kader. Timo Werner ist gekommen und der wird natürlich auch noch ein bisschen Schnelligkeit, ein bisschen Spritzigkeit mit seinen jungen 19 Jahren reinbringen und auf den werde ich mich auf jeden Fall freuen. Und auch auf Prefrate. Wir haben auch noch Okore im letzten Part verpflichtet und das ist alles sehr, sehr nice. Und dann wollen wir gleich mal weitergehen, Jaycee, Hoff, Boateng, Ball zu verpflichten, weil dann geht es auch gleich in das erste Spiel. Und Ketchat hat ein Angebot bekommen. Ich glaube, das habe ich im letzten Part einfach abgelehnt. Das kann sein, ähm, ich will auf jeden Fall 1,8. Dann haben wir noch ein bisschen über 100.000 über den Wert verkauft. Das kann man sich ja mal gönnen. Ähm, Ars Monarchen gewinnt 3N um Carlos Vela. 1,6 Millionen. Ja, 1,7 will ich aber auf jeden Fall sein Markwert. Das könnt ihr auch bezahlen. Bolton, Wanderers, Fan, den ich mir immer gucke. Fandet mit Ketchat. Ja, das weiß ich ganz genug. Und da werden sie sich zusammensetzen, haben sie angenommen, wegen 100.000. Ich will jetzt auch keinen Kommer, äh, der alles hier genau will, aber, ähm, so ein bisschen sollte auf jeden Fall. Und 4,8 auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Wert. Ich weiß nicht, was ich dafür. Und wir haben gleich auch das erste Spiel ging, das erste Spiel in der Barclays Premier League ging. Den ersten FC, ne, ersten FC, doch. Heißen die FC Everton? FC Everton heißen sie, ja. Ähm, das ist ja auch gleich. Da werden wir nochmal ein paar Sachen einstellen. Ein paar Taktiken, also Opti ist auch gerade auf jeden Fall nach oben. Die Barboa-Holle warst nach unten, der hat auch einen Punkt verloren, der ist auch schon ein bisschen älter, da müssen wir uns auch mal gucken. Wie alt ist eigentlich Niome? 27, damit kann man auch leben. Werner hat sich schon einverbessert und Prefite auch. So kann es auf jeden Fall weitergehen. Ähm, wir können auch nochmal in die Rollen gehen. Berami ist Kapitän, da freue ich jetzt nicht zu. Bin ich eher für Holle-Bass. Kurzer Freistoß schießt, wer denn die besten Werte? Jetzt habe ich Breath-Write. Rechts schießt er auch Breath-Write, langer Freistoß schießt dann. Ähm, Ravuil, wieder Berami. Sollte das Berami weiter nachher gehen. So, ähm, Preisschuss. Ja komm, dann nehmen wir Berami. Ähm, Elfmeter, wer denn die besten E-Meter-Wert? Elfmeter 72, Aufschluss oder 80. Ja komm, dann nehmen wir Breath-Write. Linke Ecke spielt dann... Spielt dann halt Abdi. Ist ja nicht schlecht. Und auch wieder Abdi. So, und dann gehen wir nochmal in die Anweisung. Breath-Write, ausgewogen, orientiert, zentral orientieren, nach außen ziehen. Einmal mal so. Ausgewogene. Ja, das werde ich nochmal offline machen, gleich nach dem Part. Dann seht ihr das im vierten Part, weil, das mache ich dann, das ist nicht so interessant. Und ich habe eine Idee, ich mache das jetzt und schneide es einfach raus. Okay, dann sehen wir uns gleich, wenn das Spiel dann, äh, wenn wir Spiel dann anfangen. Acht, ähm, und dann werden wir auch gleich ins Spiel gehen gegen den ersten FC Redford. Jetzt habe ich es wieder. Ähm, Auswärts-Trikot. Wenn die auch im Auswärts-Trikot spielen. Ja, und dann sehen wir uns im Spiel. Und da geht es auch in das Spiel. Das erste Spiel in der Barclays-Berry League. Everton gegen Redford. Everton spielt zu Hause. Und jetzt stehen sie hier und begrüßen sich erstmal die Schiedsrichter. Und unsere Mannschaft wird begrüßt von Everton. Wir sind ja aufgestiegen in die Liga mit unseren neuen Spielern hier gleich hinten. Werner und Breath-Write. Mal gucken, was sie erreichen können in der Offensive. Und Okoro auch. Ich habe alles eingestellt bei den Sachen. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen testen. Okoro da, Berami, Abdi. Babo und unsere beiden neuen vorne. Und dann geht es auf das Feld. Hier sind die Aufstellungen. Spieler-Debüts gewächst von FC Barcelona und Okoro. Und dann geht es auch in das Spiel. So, Hollebas hat den Ball sich geholt. Abdi zieht jetzt mal ab. Und das ist auch die erste Chance. Aber das war natürlich ein lappiger, langsamer Schuss. Der auf Kevin Mirala ist der Gans. Auf Naysmith. Und der mit der ersten Chance für Everton. Und es gibt Eckball. Den Gary Berry ausführen wird. Abdi warten. Und Abdi jetzt gegen ein paar Leute. Gegen ein paar Spieler. Setz sich da gut durch. Holt sich den Ball wieder. Zack, geht jetzt rein. Mit dem Fake-Shot. Gut gemacht. Gut gemacht von Abdi. Und der zieht jetzt ab. Und das ist die Chance. Hätte ich vielleicht gleich abziehen müssen. Und Abdi gefällt mir auf jeden Fall gut. Und es gibt den Eckball. Das dem durch geht jetzt durch. Und es gibt, dass es... Ja, wurde zum... Irgendwie, keine Ahnung, wie der Ball da reingegangen ist. Ins Ausgegangen ist. Und... Ein ausgeglichenes Spiel. 0 zu 0. Wir hätten auf jeden Fall schon in Führung gehen können. Durch Abdi. Aber genauso auch der FC Everton. Und dann geht es in die zweite Halbzeit. Wir jetzt von links nach rechts. Und jetzt Deulofeo schickt jetzt Romelu Lukas. Lukaku. Der jetzt in die Flanke spielt. Und Okoro klärt ein bisschen dumm. Und das wird gefährlich. Und das ist 1 zu 0. Durch. Ich weiß gerade gar nicht, wer es war. McAfee. Ja, McAfee. Und da hat Okoro auf jeden Fall nicht gut geklärt. Das war ganz, ganz schwach von unserem neuen Mann. Das war Prödel jetzt. Und er muss kommen, was raus. Hat ihn auch. Oh, was war das denn? Und es ist aus. Wir haben uns nicht schlecht geschlagen. Aber wir verlieren das Ding durch das Tor von McAfee. Also ich bin dafür. Wir spielen auf Profi. Ich werde das auch im nächsten Part jetzt umstellen. Ähm. Auf Profi. Bei Weltkrieg ist es echt ein bisschen zu schwer. Ich wollte das mal austesten. Aber da müssen wir mal gucken. Ich mache mir Gedanken. Mir liegt was auf der Sinne. Die Gerüchte in der Zeit, die mir kursieren. Ich habe mich ein bisschen nervös gemacht. Ich wollte sie einfach bitten, mir nochmal die Chance zu geben. Und beweisen, dass ich wirklich der beste Mann für den Job bin. Das muss ich mal gucken. Diney. Manchester United Fender mit. Das Ferngebot für Ben Watson. Ja, den können sie auf jeden Fall haben für 100.000 mehr für einen 30-Jährigen. 71. 70. Und. Hallo. Ah, sie werden jetzt den Vertrag aushandeln. Sehr schön. Und jetzt gucken wir nochmal bis zum nächsten Spiel. Und Doily. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein richtig gutes Angebot für ihn. Also 1,3 für einen 32-Jährigen. 100.000 unter. Ja, das kann man mit Leben. Das Veränderung abgebrochen. Gut, der möchte derzeit nicht umziehen. Oh, ich will dich aber nicht mehr hier. Dann muss ich zum Teammanagement. Ah, der ist gewechselt. Sehr schön. Und dann werden wir nochmal gucken nach einem ZOM. Da können wir auf jeden Fall nochmal gucken. ZOM. Da kommen wir mal in der Ligon. Kann man ja nicht, kann ja nicht schaden. Ohalio, da ist das gekommen. Gut Fall. Bubble Dukes. Der ist auch gekommen. Der Maria kann man auf jeden Fall verpflichten für 7 Millionen. Quintero. Das war ja einer meiner Lieblingsspieler. Also auch in den letzten Teilen. 3 für 14 war der richtig krass. War der einer der besten Spieler. Ranfrag zu Sufjan Dufall. Ja, können wir uns abschminken. Und dann sehen wir uns. Jo Leute. Das war es dann auch von diesem Park. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.